Mit diesem Trick habt ihr die Möglichkeit eure Playstation leiser zu machen, denn danach wird sie nicht mehr so schnell überhitzen. Alles was ihr dafür machen braucht ist die Ecke der Playstation festzuhalten und sie hochzuziehen. Auf der anderen Seite macht ihr dann das gleiche, dann könnt ihr die Klappe auch schon abnehmen und wie ihr sehen könnt hat sich dort ziemlich viel Staub angesammelt. Jetzt könnt ihr nämlich ganz einfach von der Playstation den Staub entfernen, damit euer Lüfter wieder frei wird.